Geht das nochmal? Echt? Na, toll. So, jetzt noch über das vierte Hindernis. Und jetzt rechts rum und ganz rechts. Oh, bleib hoch. Rechts, 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 weiter rechts, noch weiter rechts. Das ist doch der Ausgang, genau, macht aber von der Wand zu. Rüber, zack, 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 zack. So, und los geht's, komm. Ja, weil jetzt gerade rüber, dann sind wir drei. Und dann noch ganz schnell, so, vier, und jetzt weiter, 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 weiter. Und jetzt über die vier und noch über die Ziellinie. Und zack, da haben wir uns noch. 65 Gramm.